Der Bialowica-Urwald ist ein Naturschutzgebiet auf beiden Seiten der polnisch-weißrussischen Grenze. Geografie Das Gebiet liegt 150 bis 170 Meter über dem Meeresspiegel. Die Geländefläche beträgt über 150.000 Hektar, davon 62.000 Hektar auf der polnischen Seite. Das als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannte Gebiet umfasst auf den beiden Seiten der Grenze 876 Quadratkilometer. Der Nationalpark Bialowica umfasst nur 15% des polnischen Urwaldgebietes. Die Fauna umfasst über 12.000 Tierarten. Laut Kempf sind davon allein 9.000 Arteninsekten. Die Flora und Fauna gedeiht dank zahlreicher verrottender Baumstämme und Reste. Die Ursprünge des Waldes reichen ins Jahr 8.000 v. Chr. zurück. Viele Tier- und Pflanzenarten sind nur im Naturschutzgebiet Bialowica anzutreffen. Geschichte Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte das Waldgebiet zu den bedeutenden Jagddomänen der russischen Zaren. 1915 wurde die Region von deutschen Truppen erobert und eine militärische Forstverwaltung eingerichtet. Der Urwald wurde zum größten Reservoir zur Deckung des kriegsbedingten Holzbedarfes der Armee. In den drei Jahren der militärischen Verwaltung wurde schwerer Raubbau betrieben, Sägewerke wurden errichtet und ein Sechstel der Bäume gefällt. Darunter zahlreiche Urwaldriesen. Außerdem wurde das Gebiet als exklusives Jagdrevier für Soldaten, hochgestellte Persönlichkeiten und Prominente genutzt und der Wildbestand stark dezimiert. Nach dem Rückzug der Deutschen Ende 1918 kam es zudem in erheblichem Umfang zu Wilderei. Im April 1919 wurde der letzte der vormals etwa 700 Wisinte erschossen. Seit 1918 lag Bialowica ausschließlich auf polnischem Staatsgebiet. 1929 begann ein Wiederaufbau des Bestands der Wisinte. Es wurden Tiere aus Tiergärten in Deutschland und Schweden sowie aus den Wäldern von PSZ C. Zyna eingekauft. Bis 1939 wurden 16 Wisinte gezüchtet, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Bialowica-Urwald zwischen Polen und der Sowjetunion geteilt. Im östlichen Teil, der heute zur Republik Weißrussland gehört, unterzeichneten die Präsidenten Russlands der Ukraine und Weißrusslands D. H. Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk und Stanislaw Shushkevich am 8. Dezember 1991 den sogenannten Vertrag von Minsk bzw. die Vereinbarungen von Beloskaya-Pushcha zur offiziellen Auflösung der Sowjetunion, wobei gleichzeitig die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet wurde. Im Mai 2016 gab das polnische Umweltministerium unter Leitung von Jansysko Pläne bekannt, ein 188.000 Kubikmeter Holz zwischen 2012 und 2023 zu fällen. Zuvor war im gleichen Zeitraum eine Menge von 63.400 Kubikmeter vorgesehen. Die Entscheidung rief Protest bei polnischen und internationalen Umweltschutzverbänden hervor. Auch Vertreter der EU äußerten ihre Besorgnis. Das Ministerium begründet die Forstmaßnahmen mit der Ausbreitung des Buchdruckers. Dieser gehört aus Sicht der Umweltverbände schon immer zum Ökosystem vor Ort. Eine Klage vor dem EU-Gerichtshof wird angestrebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017